Manche Gefahren kommen leider nicht nur in Film und Fernsehen vor, sondern können Realität werden. Wer beschützt die Menschen in einer Schadenslage? Das ist Aufgabe des Bevölkerungsschutzes. Im Enz-Kreis koordinieren wir zum Beispiel das Feuerwehrwesen. Wir unterstützen bei der Ausbildung unsere freiwilligen Feuerwehrmänner und Frauen. Und da neue Fahrzeuge und Geräte sehr teuer sind, unterstützen wir die Feuerwehren bei der Anschaffung. Wir leisten auch in anderen Fällen Hilfe für alle Menschen im Enz-Kreis. Zum Beispiel, wenn es Hochwasser, Unwetter und Stürme gibt. Oder wenn Strom, Gas und Wasser ausfallen. Auch auf Pandemien oder einen Angriff bereiten wir uns vor. Für viele Szenarien entwickeln wir Einsatzpläne. In Großübungen trainieren wir die Zusammenarbeit. So wissen im Ernstfall alle Beteiligten, was zu tun ist. Im Fall der Fälle warnen wir die Bevölkerung so schnell wie möglich. Zum Beispiel über unsere Sirenen, mobile Lautsprecher, Warn-Apps oder Fernsehen, Radio und die sozialen Medien. Wir tun alles, um die Bevölkerung im Enz-Kreis zu schützen. Aber auch sie können einen Beitrag leisten. Mit einem Notvorrat und einem Notfallgepäck können sie sich zum Beispiel auf Notfälle vorbereiten. Damit wir gemeinsam Krisen meistern können.